Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir eine weitere Folge von Towny Makeovers und heute hatte ich Lust auf die gute Vanessa Gion. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, mich greift keine Ahnung, dass es irgendwie falsch wäre oder so. Jedenfalls kam sie mit Werde berühmt dazu, also Get Famous. Und ich finde sie grundsätzlich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Äh, jedoch sind ihre Proportionen ein bisschen unrealistisch teilweise, so was ihren Körper angeht. Ähm, I don't like this, aber ich habe ja gesagt, ich möchte hier das alles nicht verändern. Und ich habe ihre Augenbrauen auch als schön empfunden, deswegen habe ich die auch gelassen übrigens. Nicht, dass euch wundert, dass ich da nicht drangegangen bin. Ähm, ich habe jetzt neu, ähm, so ein Default Skin Overlay Blah. Aber scheiße, ähm, dass das halt ein bisschen smoother aussieht, der Skin, deswegen sieht sie ein bisschen anders aus als in eurem Spiel wahrscheinlich. Ähm, und vor allem habe ich auch jetzt Default Augen runtergeladen. Weil ich hatte einfach richtig Bock drauf, weil, I don't know, so irgendwie brauchte ich mal was Neues wieder und, ja. Jedenfalls finde ich Vanessa ziemlich schön, so grundsätzlich so vom Gesicht her und so weiter. Und, ähm, ich finde ihren neuen Look eigentlich ziemlich cool, so. Ich dachte so, diese Space Buns passen doch so am besten zu ihrer alten Frisur. Ihre alte Frisur mag ich halt absolut nicht, aber die finde ich jetzt so, passt gut zu ihr. Und, ähm, ich denke, ich habe so ein bisschen ihren Stil so beibehalten. Ich wusste nicht, was ich ihr so an Kleidung geben soll. Ich war so richtig überfordert. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich dann doch für was entschieden. Und, ähm, ich denke, das ist halt ganz gut geworden, so. Und, ja. Ich bin zufrieden mit ihr, wie sie jetzt so halt aussieht und so. Ähm, ja. Aber, also ich mochte sie vorher auch, aber, also ihr Look und so ist jetzt so, hm, naja. Aber, äh, so rein von ihrem Gesicht her, meine ich, finde ich, sie ist schon ziemlich cute, so. Aber seht euch mal diese Proportionen an. Also, die ist ja dürr. Das ist jetzt kein Angriff gegen dürre Menschen, so. Aber, so ganz gesund ist das ja nicht, ja. Ja, bitte zerfetzt mich nicht, okay. Nur, weil ich sowas gesagt habe. Aber, das ist schon ein Extrem, oder? Ich weiß ja nicht, was die Story hinter ihr ist. Vielleicht, äh, hat sie sich ja extra abmagern lassen oder so. Und deswegen irgendwie famed zu werden, I don't know. Ich habe doch keinen Plan. Ähm, ich habe jetzt ja auch nicht die Storys oder so in meinem Kopf oder so. Äh, weil die meisten Charaktere von EA haben ja richtig eine Story dahinter, warum sie so sind und wie sie aussehen und bla. Wo ich mir denke, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Die meisten haben das ja dann auch stehen in ihren Beschreibungen. Aber, äh, ich denke meistens nicht so drüber nach, äh, was die dann da so hatten und so weiter. Deswegen, ja. Äh, ihr werdet letztendlich sehen. Ich habe da noch ein paar Probleme. Ich wollte hier eigentlich Fingernäger geben, aber die haben dann einfach geglitscht mit ihren Lashes. Und, äh, ja. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Deswegen dachte ich, okay, dann lasse ich es halt so ohne. Und habe ihr einfach dann, äh, versucht so nochmal einen Ring zu geben. Aber, äh, das ging halt leider auch nicht. Ähm, hier sehe ich noch einmal die fertige Vanessa. Und, ähm, wie gesagt, ich finde sie ist cool geworden. Ich mag ihren Look. Vor allem das Oberteil ist ja auch von einem Teil aus werde berühmt übernommen. Also so gecropped. Das ist ja eigentlich so ein Kleid gewesen, Anführungszeichen. Und, ähm, ja, mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder um mein Townie-Make-up geht. Und bis dahin. Und tschüss!